Musik 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 So, bei uns gibt es Frühlingsrunden, ne nicht Frühlingsrunden, Sommerrollen, Sommerrollen. Das Problem ist, dass die uns, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, durch die Schublade einmal alle in der Mitte getrennt wurden, das heißt, es gibt Mini-Sommerrollen, normalerweise sind die ja echt groß, dazu gibt es Soja, Senf-Tahini-Soße und Konrad macht jetzt den Taste Test. Gut? Hast du das Papaya-Stück erwischt? Hm, ich glaube nicht. War in jedem eins? Ich glaube schon. Dann vielleicht schon, weil hier ist nichts mehr. Ne, das schmeckt man, das schmeckt dann sehr süß und frisch. Ach so, aber es schmeckt trotzdem sehr frisch. Also, ich nehme vielleicht Unterteller noch für uns gleich. Aber ich habe auch Papaya reingemacht. Okay, naja, gut. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Unsere Wäsche trocknet noch. Genau. So, da wir heute nicht so viel gemacht haben und Marta auch ein bisschen geklappt ist, ruhte ich gerade ein bisschen aus. Wir haben gerade noch ein bisschen gegessen. Ich hatte noch mal Spaghetti gemacht. Wir haben auch heute nicht so viel gemacht, quasi was man jetzt zeigen könnte, sondern eigentlich nur Wäsche ausgehängt, bisschen aufgeräumt, sauber gemacht. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Workout abgefilmt, was dann perfekt genau für so eine Situation sein sollte. Ja, das schneide ich euch gleich hier rein und ja, dann nehme ich euch ein bisschen mit in meinen Workout, wo ich auch ein bisschen erkläre, wofür welche Übung ist. So, ich wollte euch dann mal mit in meinen Workout nehmen und alle Übungen erklären, was ich so mache und was sie für einen Effekt haben. iPhone steht bereit und so läuft. Das sieht folgendermaßen aus. Alle zwei Tage. Workout dauert so um die 10 bis 20 Minuten. Kommt an, wie lange man die Pausezeit macht. Ich habe da jetzt 30 Sekunden mal eingestellt. Und es ist ein Workout für die Kräftigung des Oberkörpers, was die Muskulatur nicht nur von Brust, Schultern und Rücken stärkt, sondern auch Arme, Bauch. Ja, eigentlich so alles, was man kann, weiter zu klappen. Wir starten. Übung eins. Bereite dich vor. Tampeln mal. Beginnen mit. Weißloch. Gebe. Ja. Drei. Zwei. Eins. Bebe dich vor. Weißloch. Tampeln. Das ist nicht so geil, weil es hier so uneben ist. Aber es sollte klappen. Genau. Nächste Übung. Milistütze. Prost. Trizeps. Ähm. Ja. Arbeit erstmal durch Pause. Ich habe Durst. Ich kriege schnell was. Und dann gehen wir jetzt direkt weiter. Drei. Zwei. Eins. Überdurch. Sieben. Liegestütze. Hier darauf achten. Bauch anspannen. Drahter Rücken. Und nicht zu schnell. Ja. Wirklich saubere Ausführungen. Und hier ist wirklich nicht. Genau. Hier ist Qualität vor Quantität. So. Liegestütze und drehen. Das wird hier richtig geil. Weil es hier so runter geht. Aber gut. Umso schwerer es ist. Umso schwerer es ist. Umso mehr müssen wir klein uns den mit aushelfen. Um den Rumpf zu stabilisieren. Und man setzt halt wieder einen neuen Reiz. Drei. Zwei. Eins. Zwei. Wir machen eine Liegestütze. Wir lassen den Hals hoch. Und auf der anderen Seite. Schaut jetzt nicht nach vorne lehnen. Und so ungefähr im 35 Grad Winkel mit dem Arm zum Oberkörper. Jetzt hab ich vergessen beim Drehen. Ich hoffe, ich werde das einfliegen. Ich glaube, das passt. Und? Ja, sehe ich. Ich bin gestaffelt am Push-Up. Da sind die Hände versetzt. Somit belasten wir die Brust. Wir kriegen Besuch an der Seite. 3, 2, 1, die Brüder nicht fliegen. 6, die Staffel der Push-Up. 3, auf jeder Seite. Nach, wenn sie Bäume runtergehen und aus, wenn sie drücken. Auch hier wieder darauf achten. Bauhand, Sparen, Körper gerade lassen. Wir können jetzt hier gut machen, weil wir hier den Entleid haben, da geht es darum, dass der Körper in einer Ebene ist. Bei dem normalen Push-Up ist der Körper ja eher so. Wir bringen den Körper so. Somit gehen wir dann mehr auf den Kopf. Wir werden abgeschraubt. Sie halten sich auf den Körper gerade. Ich weiß gar nicht, wie viel wir machen sollten. Fünf? Ja, okay. Sechste, vier. Diamant-Push-Up, ganz enger Push-Up. Geht mehr auf den Trizeps. Davon vier Stück. Spannend. Verschiebt die Matte. Bisschen lang. Mach den Push-Up. Aber musst du eigentlich drehen. Bisschen gerade. Drei. Zwei. Eins. Also vier. Dreieck. Einenael Alkriterstdorf. Vier Mal. Also von den Wiederholungszahlen könnte es ein bisschen mehr sein. Aber ich finde es eigentlich ganz so gut, wenn man sich jetzt wirklich darauf konzentriert, eine sehr saubere Wiederholung zu machen. Und das ist ganz wichtig, weil nur dann kommt man richtig in den Muskel rein. So, wir haben es geschafft. Wir werden auch wieder acht Stück. Also, das mit der Sonne ist super anstrengend, weil ich auch so schlau war, um mir schwarze Sachen anzuziehen. So, normale Liegestütze, ja, schulterbreit, nicht zu weit nach vorne, die Hände, ob wir durchschüttern können, das ist schön, im 45 Grad Winkel runtergehen. Fuck. Ja, ganz sauber und langsam, dann erzählt ihr den besten Effekt. Sieben. Ja. Weiter. So. So, breiter Push-Up, ja, hier außen von der Brust, geht auch näher, dann auch von vorderen Schultern. Und hier kann man dann auch wirklich ruhig passen und runtergehen. Und hier kann man runtergehen. Drei. 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 Eins. Also, mein Rücken. Sieben. Weiter. Push-Up. Die Rücken ist jetzt ganz breit. Wie viele? Ich seh's nicht. Sieben, glaub ich. Ich seh's nicht. Ja. Das ist eine richtige Dreckspartie. Feierabend. Nächste. Vier. Gestaffelte Push-Up. Mag ich persönlich am liebsten, weil es halt wirklich so echt richtig tief in die Brust reingeht. Wie viele Stück? Ich glaub ich mach hier doch sechs oder acht. Wie die Kraft noch da ist. Aber der anstrengendste Push-Up. Ich fang immer so bei drei Sekunden an, das bereit zu machen. Zwei. Eins. Übung deutlich fluchen. Eins. Vier. Gestaffelter Push-Up. Zwei. Auf jeder Seite. Ihr Rennbogen sollten nicht nach außen zeigen. Puh. Komm. Komm. Machen wir sechs. Wird jetzt nicht anstrengend. Aber trotzdem sauber. Puh. Puh. Nächste Übung. Fem. Bergauf Push-Up. Wieder Bergauf Push-Up. Also hier hasse ich den gerade, weil der echt unangenehm ist. Dann machen wir das. Wenn ich mach den mal jetzt hier so ein bisschen. Ich bitte mal drauf achten, ob mein Rücken schön gerade ist. Drei. Zwei. Eins. Übung deutlich fluchen. Fünf. Bergauf Push-Up. Diese Übung trainiert ihre Post. Fünf. Fünf. Zwei. Schön den letzten von ganz tief. Rausdrücken. Dann aktiviert ihr auch wirklich jede Ex-Pause-Gerzelle. Jetzt auch ganz gespannt noch zum Schluss dehnen. Ja. Um die Muskulatur schön auseinander zu ziehen. Und die Regeneration zu fördern. Zack. Zack. Die entspannteste Übung vom Workout. Wir fangen auch gerne für 5 Sekunden früher an. Hier halt gucken, Schulterbreit. Hände unter der Schulter. Füße, Zehenspitzen schön durchstecken. Schön locker lassen. Schön im Bauch zieht. Mit den 5 Sekunden hätte ich mir vorher überlegt. Jetzt Brustdehnung in der Tür. Wir haben hier keine Tür. Weil das eher so Homeworkouts sind. Könnt ihr einfach die Hände mitnehmen. Schön. Dann dehnt ihr auch die Brust. So. So. Ja und wenn ihr es nicht perfekt versucht, die Hände hoch zu legen. So hinten hoch nach oben. So. Das zieht jetzt schon ganz schön. Gerade bleiben. Drei. Zwei. 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 Perfekt. Und wie viele Kalorien haben wir verbraucht? 115. Richtig viel. Oh. Naja. Es geht hierher jetzt nicht mehr bei mir um Kalorien zu verbrennen. Äh. Sondern. Äh. Muskel stärken. Muskelauslauf. Das ganze Paket in die Richtung. So. Und jetzt können wir zum Beispiel hier in der App. Ja wir haben das Training abgeschlossen. Ich weiß nicht inwiefern man das sieht, wenn das spiegelt. Können wir jetzt eingeben. Einfach. Genau. Richtig. Oder anstrengend. Ich finde es eigentlich zur Zeit echt perfekt. Äh. Von der Schwierigkeit klar. An manchen Stellen ist es doch schon richtig belastend. Aber auch an vielen entspannt. Und wenn ich jetzt auch sehr anstrengend gehen würde. Dann würden die alles nochmal anziehen. Und ähm. Dann glaube ich würde auch die. Äh. Würde auch die Ausführung darunter leiden. So jetzt haben wir hier unser Training. Schön. Benachrichtigung. Sehr toll Konrad. Du hast das zweite Training in dieser Woche gemacht. Ähm. Also. Kann man dann so auch sein Gewicht eintragen. Wie viele Kalorien man über die Trainings. Und auch man kann den Schrittzähler beim iPhone dazu in die App integrieren. Ähm. Dann zählt er auch die Schritte und rechnet das dann in Kalorien um. Wie viele man verbraucht hat. Hier ist noch so ein Wassertracker. Aber ich trinke eigentlich genug Wasser. Deswegen habe ich den nicht aktiv als Benachrichtigung. Ich fülle mir halt immer hier morgens entweder die. Oder ihr kennt auch die weiße Flasche die ich habe. Fülle ich mir immer voll auf. Und trinke so zwei bis drei Flaschen. Ähm. Das sind zwei bis drei Liter. Ist für mich angenehm. Ist nicht zu viel. Nicht zu wenig. Und äh. Der Vorteil ist halt von der ganzen Flasche. Ihr könnt das halt besser tracken. Ja. Weil ihr seht hier. Die Anzahl. Und wenn ihr wisst. Okay. Hab eineinhalb Flaschen getrunken. Dann äh. Wisst ihr okay. Hat 1,5 Liter getrunken. Ich bin jetzt. Nicht so der Wasserprediger. Äh. Wenn man das so sagen kann. Aber. Schaut wirklich schon. Dass ihr genug Wasser zu euch nehmt. Ist einfach. Ja. Gut für euren Körper. Kann die ganze Speicher wieder auffüllen. Und. Ihr fühlt euch auch viel fresher. So. Für mich heißt es jetzt. Essen machen. Ich bin im Moment so voll auf dem Spaghetti Trip hängen geblieben. Ich glaub es gibt heute ein ganz klassisches Spaghetti. Mit Tomatensauce. Schön. Gewürzt. Ganz ganz basic. Geil wäre jetzt noch so ein bisschen Parmigiano. Aber. Haben wir hier erstens nicht. Nichts lokales so an Käse. Ähm. Funden. Auch was. Ähm. Piros und so. Und diese veganen Alternativen. Weiß nicht. Also klar kann man das mal drauf machen. Um so das Feeling zu haben. Besonders wenn man wirklich streng vegan ist. Ähm. Aber schaut wirklich was da so drin ist. Die Dinger sind echt oft voll mit Zucker und Salz gepackt. Und ähm. Das an sich ist jetzt nicht so das Beste. Wenn ihr euch wirklich gesund. Ähm. ernähren wollt. Deswegen. Geht's für mich jetzt in Van. Wasser kochen. Spaghetti rein. Tomatensauce. Machen. Und. Dann. Kann man sich ein schönes Mittagessen gönnen. Perfekt zur Mittagssonne. Auch das Workout gerade gemacht. Aber. Jetzt. Im April geht das ja noch. Also. Wir haben. Ich kann's euch mal sagen. Wir haben. Haben wir. angenehme. Es war perfekt. Also von Van ist es dann nicht zu heiß. Es ist aber auch nicht kalt. Und. Das funktioniert dann schon sehr gut. Na gut. Ähm. Ich weiß nicht ob ich das Workout separat machen werde. als einzelnes Video. Oder ob das in den Vlog reinkommt. Das überlege ich mir dann noch. Wenn's im Vlog ist. Dann schneid ich das rein. Wenn's nicht im Vlog ist. Dann seht ihr das grad gar nicht. Was ich hier labere. Ähm. Mal gucken wie lang der heutige Vlog wird. Weil ich glaub der ist jetzt schon bei 10 Minuten. Das Workout wäre dann nochmal. 15. Ähm. Wenn wir morgens wieder. Wenn wir morgen wieder unterwegs sind. Dann. Ähm. Ist das ganze glaub ich dann. Besser wenn ich für morgen dann noch ein Video parat hab. Auf Backup. Deswegen. Mal gucken.